Habe gedacht, ich pöcke die Punchline-Punkern aus Counter-Strike Weil diese Runde einen Lieder braucht Counter-Strike Laat die Diegel kleiner Junge laut Counter-Strike AWP und sie geben auf Counter-Strike Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Counter-Strike Jetzt wird dem Noob wieder zugeguckt Yeah Finde ich mal übelst geil So Wo Jo Alles klar Ne Ich habe den Spielsamm diesmal ein bisschen leiser gemacht Deswegen Jurisch fähre ich die Feinde nicht so So Aber Egal Es geht los Ich treffe mir ja irgendjemanden, den wir hier zerficken Okay Ich gebe es zu, ich habe die B90 Ne, aber Oh Alles klar Ähm Ja Vielleicht schaffe ich mal ja irgendjemanden Oh Ja, ich habe das Gefühl, ich bleibe erstmal bei der Oh, okay Vielleicht wird ja irgendwann draus Oh Gott Ja, okay Das war jetzt mal übelst schlecht von mir, aber auch von ihm mega schlecht, finde ich Also Ich schätze mal, der hat länger CSGO gespielt, aber das war mal Oh Gott Ja, okay Egal Ich habe nichts gesagt, war Der Noob hält jetzt mal die Fresse Ich habe jetzt mal die Fresse Und ich habe jetzt mal die Fresse Oh, alles klar. Alles klar. Okay. Äh, joa. Ich versuch mal mein Glück. Vielleicht schaffe ich ja irgendwas. Vielleicht reiß ich irgendetwas. Was? Ja, okay, ist klar. Oh. Ui. man das gibt es doch nicht ist das gerade eine abgefuckte scheiße ich versuche mal mein glück mit der ump vielleicht krieg ich da ja irgendwas hier packen nur immerhin habe ich ein paar kitz gemacht dass er nicht ein bisschen gestorben ist ja erst gerade aufwärmen ist ja die erste runde gewesen jetzt für heute gerade ich habe heute das ist das erste mal das spiel also es ist heute sonntag heute war die zeitumstellung ja mach mal hier währenddessen nehme ich mal einen schluck von meinem getränk ich hoffe ich komme mal jetzt geht es eigentlich los hallo oh ist doch nicht dein ehren ach ach ich bin wieder ach gucken wir mal was ich fahre was kann mal Oh Gott, nach Plan Oh Gott, oh Gott Oh, ich hatte nur noch einer P, aber ich hab... Oh, Mann, ey Hm Hä? Lol, da oben Ja, nee, ist klar Oh Gott Ja, die Schnauze Oh, Hedgehog Oh, okay Immerhin zweimal getroffen Das ist immerhin etwas Ne, hätte ich nicht geschafft, ich wollte es versuchen Aber was soll's, ne Das ist voll zu flatt gewesen, Mann Komm, wir versuchen mal die App hinein Vielleicht schaffe ich, vielleicht reiß ich irgendwas damit Drei Treffer, ey Okay, ne, Spaß beiseite Ähm, AWP Desert Eagle Oh Gott What? Ja, nimm, ja, gönn dir, ich hab ihn erschossen Aber wurde dann Von einem anderen Sniper Auch erschossen Ja, ich hab dich gehört, Mann Oh Gott, was an 8-6-6-0-2-10-40-1-10-20-100-1-30-1-20-2-20-1-40-3-2-50-34-2-4-y-7-4-3-4-4-2-40-3-3-4-4-4-4-6-4-4-4-5-4-4-3-4-5-4-4-5-4-5-5-1-謝謝-2-4-0-2-4-5-4-4-5-4-5-6-7-4-4-5-4-5-6-4-0-8-4-4-1-5-5-5-4-5-5-8-7-1-5-4-5-5-1-6-4-5-7-8-5-5-5-7-4-5-4- mit den was den hab ich nicht getroffen und denn von hinten ja ok ich stand aber auch echt frei das ist eine scheiß Gegend hier ich muss mich mehr hier schnell verraten oh Gott ich schwöre wenigstens nicht letzter ey 7 zu 12 ich sag immerhin nicht letzter wir sehen uns in der nächsten Runde